Oh, Captain! Öffnet das Grab. Öffnen? Okay! Zerstören wir das Grab! Ich sagte öffnen. Zerstören wir das Grab! Also, ich habe meine Befehle gegeben. Ich sagte öffnen. Die haben das ein bisschen fehlinterpretiert. Yay, noch mehr Geld. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Oh Mann, eine versteckte Tür. Oh Gott. So ein unsichtbarer Raum. Oh nice. Moment. Mal die ablegen. So. So. Und so. Lassen mich die Gegner wenigstens in Ruhe. Oh nice. Abschießen im Dunkeln. Oh, wobei es funktioniert. Gegner ignorieren mich nämlich. Äh, so. Moment. Okay. Hat gut funktioniert. So. Let's get hurt oder so. Habe ich gehört. Äh, wo ist mal hier die Tür? Ach so. Ach so. Ist einfach nur eine Band, die ich wegspringen muss. Please be nice to me, Eisenprinz-Senpai. Vier Herzen übrigens. Vier Herzen übrigens, ne? Aber zum Glück sind die Dinger schnell tot mit der Schmörgelklinge. So. Dann haben wir Grab Nummer zwei auch geschafft. Da haben wir Romanis-Maske. Oh nice. Das ist cool. Damit können wir jetzt direkt nochmal das nächste Herzteil holen. Und dann sind die wieder da. Oh, dann werden wir noch irgendwas anderes erwischt. Weg. Das ging gleich daneben. Wobei, kann ich mich einfach hier rausporten? Nein, nein. Das wird work? Ja, nice. So wie kann man das bessere Schwert noch tun? Oh ja. Ne, da lang. Ich muss noch ein paar Stündchen warten, bis ich da rein darf. Moment. Schleunigen wir nochmal ein bisschen. Okay. Jetzt überlege ich gerade, was musste ich nochmal für Lieder spielen? Das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht mehr. Ich meine um elf machen die auf, ne? Noch ist der andere Typ noch gar nicht da. Ja, der bereitet noch vor. Oder muss ich überhaupt Lieder spielen? Ich glaube, ich musste mich nur dahin stellen oder so. Das war, glaube ich, alles. So. Das schon mal abgehakt. Und Gourmand-Truckgift kann ich auch abhaken. Jo. Blackroad machen wir gleich noch fertig. Jo. Und das habe ich auch. Ah, ich hätte das Foto noch machen können, fällt mir gerade ein. Das habe ich ganz vergessen. Naja. Jo. Die Schmiede haben wir auch immer noch offen. Aber da haben wir nicht genug Geld für. Die Bomben-Tasche, die ich kaufen könnte. Aber auch kein Geld für. Frosch-Kreuer. Snowhead-Tempel. Da fehlt mir immer noch ein Schlüssel. Hi. Und tschüss. Ich meine, es fehlt noch ein dritter Schlüssel. Vielleicht sind es auch nur zwei. Ich kann mal kurz gucken. Eine Belohnung bei der Bank. Eventuell noch. Okay. Ja doch. Der hat drei auf jeden Fall. Snowhead. War das 10 Uhr, wo ich jetzt rein darf? Ja. Vielleicht von oben mit dir reden, war das. Ja, ich kann ja mit der Performance helfen. So, Center Spotlight einmal. Oben, rechts, links, rechts. Okay. Ja gut. Stimmt, jetzt haben wir das Notebook. Und dann. Ja. Der Solo-Auftritt, ja. Aber wir sind so gut. Selbst wenn wir eigentlich da nicht mehr stehen, halt unser Lied noch nach. Oder so. Ja. Gefällt ihm immer noch nicht. So. Der nächste Teil. Ich habe mich als Kind immer gefragt, warum steht der Kron nicht auf dem größten Licht da ganz rechts? Bis ich irgendwann mal gelernt habe, dass Drummer bei Bands eh immer hinten stehen. Und wahrscheinlich deswegen der Gerone auch hinten steht. Wenn der jetzt einem die Hasenohren gibt, würde ich gut finden. Immer her mit den Hasenohren. So. Hm. Du könntest Mikau sein. Aber ich ignoriere dich einfach mal. So. Oben, rechts, unten. Ah. Oben, links, rechts, unten. Die Maske der grimmigen Gottheit. Hm, hm, hm. Da würde ich auch drüber lachen. So. Ich finde es auch schön, dass das Lied eigentlich die Ballade des Windfisches heißt. Es gibt eine Ballade des Windfisches, aber die haben nichts miteinander zu tun, die beiden. Was kriege ich jetzt Schönes von dir? Die Maske der Nacht. Okay. So sahst du teilweise aber auch aus. Ich denke mal auch, dass die Maske der grimmigen Gottheit random ist. Ja, sind zwei weitere Spots, die wir jetzt kriegen können. Das stimmt. Schauen wir doch mal. Oder könnte ich das nur tagsüber machen? Weiß ich gerade nicht. Ich würde jetzt spontan sagen, ja. Aber wir gucken mal. So. Willst du mir nachts auch Geschichten erzählen? Okay. Morgen erst wieder. Na gut. Dann machen wir das im nächsten Zyklus. Zusammen mit den... mit dem Foto noch. Dann... haben wir in dem Zyklus... äh, in der... an dem Tag auch erstmal nichts mehr zu tun. Dann Deku Playground, die dritte. Jetzt, wo ihr schreibt, die Milch, die man da kaufen kann. Ja. Kann sein, dass die auch random ist, weil... alles andere, was wir ja quasi auch von den Shop-Leuten kaufen, ist auch... wobei... wobei... ich glaube, Sachen, die du aus dem Menü quasi kaufst, wie eben halt jetzt die Milch, ist nicht random. Ich meine, die ist dann nicht random wiederum. So. Ja. Die ist nicht random. Ähm. Erst das ganze Geld für Milch ausgeben. Ups. Aber hey, damit habe ich direkt zweimal confirmed, es ist nur... Milch. Dann holen wir uns eben paar Rubine noch draußen. Können so ein bisschen die Zeit vertrödeln. Doppelt hält besser. Eindeutig. Wir können uns draußen mal ein paar Rubine holen. Halbe Runde schon gedreht. Zwei Rubine erhalten. Living on the edge. Drei Rubine. Wird besser. Ach komm. Geht das nicht mit ihm? Dann halt so. Nacht ist er gar nicht auf dem Baum, der Typ, der mich die Beine brechen wollte. Ähm. Okay. Können wir da mal was raushauen aus dem Chat? Irgendein komischer Bot, oder was ist das? Der Romani Ranch. Okay. Okay. So. Wollte ich gleich nochmal hin. Im Norden. Dann einmal hier rein. Das ist stay hydrated Bot. Schön für ihn. Nachts ist der Typ vom Baum im Shop als Verkäufer. Wä? Wä? Okay. Dann wiederum ist es nicht gesund für jeden Milch zu trinken. Gerade Erwachsene können Milch normalerweise nicht mehr vertragen, weil sie dann eine Laktose-Unverträglichkeit mit dem Alter bekommen. So, und dawn of the final day. Und alles wackelt. Doomsday is coming. So, da ich E-Mails genug Zeit habe, brauche ich auch die Zeit nicht zu verlangsamen. Sagt er jetzt noch und bereut es gleich. So, das finale Spiel. Alter, ist die Plattform schnell unterwegs. Holy shit. Oh Gott. Totally planned. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich glaube, ich gehe auf die hier. Das war genau so beabsichtigt, Leute. Wer was anderes behauptet, lügt. Der kam schneller um die Ecke, als ich erwartet hatte. Ist weg. Zurück. Wie immer habe ich den Winkel da gerade etwas falsch berechnet. War die Schuld immer so schnell die Dinger? Als ob. Genau in der Kante dran vorbei. So. Also die ersten beiden so gut geschaffen hier jetzt aus Ungeduld erstmal daneben fliegen. So. Am ersten können wir noch ein bisschen warten. Ah. Und runter. So. Kann ich hier direkt den mitnehmen? Ups, ups, nicht zu weit. So. Wenn du oben bist, kann ich direkt weiter. Na, da warte ich jetzt aber. Oh, wenn ich schon fast falsch gewartet hätte. Runter. Nehmen wir den da in der Ecke gleich erstmal. Und dann gleich den letzten, der da vorbeisaust. Den blauen. Ich habe gerade gesehen, an der Ecke bleiben die kurz stehen. Oder? Ja, an der Ecke wird er langsamer. So. Und schnell rüber. Ah. Da wollte ich es wieder ein bisschen schneller machen. Ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Never. Nehmen wir den da jetzt als nächstes. und der letzte. So, wenn du nochmal hoch gehst, dann schluss ich mich aus. Oh mein Gott, danke. Endlich. Die größere Geldbörse. Endlich kann ich mehr Verdienste tragen. So. Äh. Mehr Platz für Verdienste. Jetzt verschwenden wir die endlich nicht. Fun Fact. das hätten wir schon so früh holen können eigentlich. Keine Ahnung, schon irgendwann im letzten Stream. Ich habe es auch die ganze Zeit nie gemacht. Endlich werden die Verdienste nicht mehr so hart verschwendet. So. Dann. Einmal runter. Ha. Das reicht auch so. Hätten wir das mal gemacht. Hm. Dann auf wieder zum Friedhof. Na, wird mir wieder hochgeholfen? Ach, wie nett von dir. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Boom. Es ist die kleinere Tasche, was die große nicht überschreibt. Genau. Das ist das Wichtigste. So. Halten wir uns da oben noch mal ein kleines bisschen. Sehen wir uns da oben noch mal ein kleines bisschen. Das ist das Loch da. Das ist das Loch da. Ich habe es gar nicht gesehen. Hatte Senpai so nice. So. Jetzt sind wir dann auch wieder voll. so dann noch einmal den Friedhof wobei ich dafür die Zeit jetzt dann doch wieder verlangsame für das was gleich kommt und ich kann auch mal wieder einen Save machen auf jeden Fall so, dann auf zur Nacht des letzten Tages hier heißt es einfach nur Song of Double Time im Deutschen heißt es das Thema der Wind, ne Thema des Windes, ne Thema der Zeit im Wind so unglaublich da ist halt hier oh Captain, was sollen wir tun öffnet das GARP nicht zerstören, öffnen zerstören wir ich muss mir die Soldaten nicht zuhören so Boris Boris ja, grabe mal hier ist nix, okay auf zum nächsten Spot ich muss kurz mal gucken wo der ist hinter mir warum ist der Typ eigentlich so blind Moment das hat schon mal geklappt das erste da ist das nächste Ding oh stimmt ja die Hand gibt es ja auch noch Moment wenn du gerade eh schon in die Richtung gehst wie mies wenn die Hand eigentlich noch raushaut ja dann einmal hier lang das gleiche das ist die Hälfte